hallo und herzlich willkommen heute ist der 19 juni 2020 und heute geht es wieder mal um die miniplus und zwar die muss erweitert werden beim letzten film bei der miniplus hatte man ja nachgeschaut ob hier noch weiße zellen drin sind war aber nicht der fall aber jetzt braucht die miniplus einfach platziert und geht hier eine etage drauf wenn wir noch eine 15 durchsicht machen wie das aussieht aber ich denke mal die werden hier gut gebaut haben und futter ist nach wie vor immer noch drauf und nehmen sehr gut ab da wollen wir mal loslegen mal 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 Man sieht schon, die bauen hier vorne immer wieder an. Heute mit Wasser, ich finde Wasser sowieso immer besser, ist wie die Bienen einfach angenehmer. So, hier wird Honig eingelagert. Die tun wir jetzt mal hier auf Seite, damit wir einfach Platz haben. Aber das sieht schon wesentlich besser aus als die letztes Mal. Hier ist die Königin drauf, hier kann man schon sehen, Königin ist hier unterwegs. Da ist auch noch Brut drauf, die hängen wir wieder vorsichtig zurück. Hier kann man auch schon sehen, die Brut. Aber schwärmen wird dieses Volk nicht mehr, auf ja keinen Fall. So sieht das Ganze aus. Aber die brauchen einfach Platz. Hier kann man auch schon sehen. Überall angebaut hier, überall. Überall hier wird angebaut. Die Bienen brauchen also Platz. Hier auch nochmal. Hier ist auch noch ein bisschen Brut drauf. Hier ist auch noch ein bisschen Brut drauf. Ja. Hier ist auch noch ein bisschen Brut drauf. Hier ist auch wieder Honig. Hier sogar nochmal Brut. Ja. Das ist auch hier unten noch. Ok, keine weißen Äpfchen dran, die hätten auch in der kurzen Zeit, hätten die nicht. Noch ein Äpfchen bauen können, das wäre nicht gegangen. Jetzt machen wir das einfach so. Das Alkoholische ist natürlich weg machen hier. Weg. So. 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 Das wäre geschafft. Mini Plus erweitert. Ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wie sich das hier entwickelt. Schwarmzeit, wie gesagt, ist so gut wie vorbei. Wir hatten so 22, 23 Juni, waren die letzten Schwärme, aber später haben wir nie Schwärme gehabt. Ja, es ist die Zeit der Durchsicht, Durssicht, dann sind wir jetzt durch. Ich werde die Bienen jetzt in Ruhe lassen, die können jetzt mit Ruhe Honig sammeln, also Nektar sammeln, daraus wird Honig. Nur noch die Ableger und die Schwärme, die werden noch ein bisschen gepflegt, die brauchen Pflege. Ja, da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns bald wieder. Tschau.